ja hallo ich bin der marco von zielen pro wir sind heute auf der abenteuerung allrad stellen hier vier tage aus und ich möchte gerne mal ganz kurz unsere neuheiten vorstellen die wir dieses jahr haben die meisten kennen uns wahrscheinlich schon kommt man einfach mit auf unseren mega coolen stand dieses jahr so wir zeigen dieses jahr erstmalig eine brause lösung eine duschlösung für den van mit unserer airline die ja sehr bekannt ist wir zeigen hier heute dass man die dass man also eine flachste duschmöglichkeit aufbauen kann die es gibt neu haben wir die zweier hakenleiste gemacht in senkrecht gibt es natürlich immer in schwarz und in silber unseren punktflaschenhalter für eine klassische 250 milliliter flasche wir liefern diese flasche schon mit ihr könnt das gute stück senkrecht und horizontal montieren unseren flexiblen duschbrot bauseilter kennen ja die meisten und so kann ich wunderbar eine ganz tolle duschlösung aufbauen dann haben wir noch neu auf wunsch von vielen kunden die 90 grad erweiterung dies gedacht für alle unsere abrollmöglichkeiten oder handtuchhalter hat den vorteil wenn man schon hier sieht dass man das ding jetzt in jede richtung einstellen kann bewegen jetzt nicht es wird eigentlich festgeschraubt hier seht ihr noch mal unsere flaschenhalter mit zwei unterschiedlichen flaschen ja das war so schnell durchgang was wir dieses jahr neu gemacht haben wir uns besuchen kommen will wir sind auf dem stand m33 wir würden uns sehr freuen euch zu sehen viel spaß